Hallo Couples, ihr habt vor 24 Stunden geheim nominiert. Die Couples mit den meisten Stimmen müssen in die Exit-Challenge. Valdrina und Valdett müssen das Camp verlassen. Ihre Stimme zählt nicht mehr. Hier die Ergebnisse eurer Nominierung. Christina und Marco nominieren Malisa und Fabio. Die haben einfach 10.000 Euro verspielt und da sind die ganz oben mit dabei. Malisa und Fabio nominieren Valdrina und Valdrett. Valentina und Christine nominieren Malisa und Fabio. Die sind halt für uns die Schwächsten hier und die haben auch am meisten Geld verloren, 10.500. Für mich ist es einfach nur falsch und verlogen, weil sie vorher noch zu mir meinten, wir werden euch nicht nominieren. Die wollten auch die ganze Zeit von uns wissen, nominiert ihr uns und so. Ich meinte nein. Es ist mir scheißegal, wer mir hier was übel nimmt, ob Malisa und Fabio mir das hier übel nehmen oder nicht. Es ist hier ein scheiß fucking Spiel. Also heilt es Maul und nimm es nicht persönlich. Gina und Cedric nominieren Valentina und Christine. Weit schwach aus Emotionen. Wir nominieren Valentina und Christine, weil wer uns hier beleidigt und nach der Optik geht, hat meiner Meinung nach hier nichts zu suchen. Wir haben die definitiv eine Grenze überschritten. Malisa und Fabio, ihr habt zwei Stimmen. Valentina und Christine, ihr habt eine Stimme. Somit seid ihr vier in der letzten Exit Challenge. Das Finale ist nah. Strengt euch an. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020